Herzlich Willkommen bei Mika Karawan in Dingesbühl. Ich bin der Michael und ich habe heute ein Video für euch, wo wir ein M1, den wir schon mal hier hatten, speziell verschönert haben mit Küchenarbeitsplatte und Induktionskochplatte und Tisch aus Massivholz. Und da wollte ich euch mal das Ergebnis zeigen, wie das Ganze ausschauen kann, weil es schaut wirklich meiner Meinung nach unheimlich gelungen aus. Sehr wohnlich, sehr schön, was so ein Umbau bezwecken kann. Das möchte ich mit euch anschauen. Und dann haben wir auch noch mal einen Kunden da, dessen Fahrzeug wir umgebaut haben, ein Expeditionsfahrzeug von der Firma Wölke gebaut. Und wir haben die Elektrik gemacht, die Solaranlage und so weiter. Und jetzt, wo das WCS-Bussystem raus ist, haben wir auch in dieses Fahrzeug das neue Bussystem verbaut. Und da muss ich sagen, ist schon richtig geil. Und auch da möchte ich euch mitnehmen, möchte euch das Ergebnis zeigen, wie wir das Ganze gemacht haben, umgesetzt haben und was wir da alles veranstaltet haben. Drum, lasst uns nicht ganz so lang schwafeln. Wir gehen sofort in die Werkstatt und schauen uns das Ganze an. Auf geht's! So, hier sind wir bei unseren M1 Kastenwagen, wie gerade geschildert. Hier schon der Einbau, der schon gewesen ist. Hier ist eine Kombi-Solaranlage. Wir sehen hier die Kombihängen und den Solaregler. Weiter hinten in den Fächern sind die Akkus. Und hier war der ehemalige Gaskasten. Und da haben wir jetzt einen Solaregler verbaut und einen Busverteiler von WCS plus einen Umschalter. Denn wir haben eine Solartasche verbaut. Und da kann er wählen. Entweder Leder, eine Powerstation, die er mitnimmt oder zusätzlich noch den Aufbau-Akku. Das Ganze haben wir hier in den ehemaligen Gaskasten eingebaut, weil der Platz natürlich nicht mehr gebraucht wird. Dann schauen wir mal nach vorne und werfen einen Blick hinein. Genau. Da sehen wir schon die Kante der Arbeitsplatte, den Massivholztisch, den wir hier verbaut haben, finde ich mega schön. Kommt richtig warm und klasse rüber. Passt super in das Fahrzeug hinein. Hier haben wir die Form angenommen. Schaut aus wie der ehemalige Tisch und angepasst. So, dann gehen wir rüber auf die Arbeitsplatte. Hier haben wir unser Induktionskochfeld von der Firma Dometic eingebaut. Eine Massivholzplatte. Die Originalplatte ersetzt. Und natürlich genau die gleiche Form angenommen. Neues Waschbecken eingesetzt. Neuen Wasserhahn eingesetzt. Unten wieder die LED-Leiste eingefräst. Der Wasserhahn ist echt toll. Passt sehr harmonisch, das Ganze, finde ich. Also schaut super klasse aus. Und dann haben wir, wenn wir rüber gehen, auch das Bussystem verbaut. Und hier haben wir auch eine Massivholzplatte eingesetzt, weil sich das alles widerspiegelt. Der ehemalige Ausschnitt war natürlich wesentlich größer. Hier können wir alles ablesen. Temperatur, Wasserstände können die Kombi einschalten, wie wir sehen. Und haben auch die Möglichkeit, Akkufüllstände abzulesen. Temperatursensoren verbaut und so weiter. Also eine tolle Geschichte. Es ist im Großen und Ganzen ein sehr schönes Übersichtsdisplay, wo man natürlich viele Möglichkeiten hat. Schalten wir die Kombi wieder aus, wo man verschiedene Dinge ablesen können, wo ohne Probleme via Display oder natürlich auch gespiegelt auf dem Handy zu bedienen ist. Hier sehen wir die einzelnen Geräte, wo man alles durchschalten kann. Hier geht man wieder zurück auf die Übersicht. Also alles in allem echt ein tolles System, dieses Bussystem, was auch hier verbaut wurde. Ja, hier haben wir die LED-Leiste eingefräst von unten. Das ist die Ambientebeleuchtung, die natürlich wieder rein musste. Macht schon durchaus Sinn, damit das Ganze auch alles schick ausschaut. Man hat das in der Originalversion angepasst. Gehen wir mal nach hinten, da sehen wir gleich, wie die alte Platte ausgeschaut hat. Hier haben wir nämlich die Sachen liegen, die drin verbaut waren. Das war hier die Originalplatte. Hier unten war der LED-Streifen drin und den mussten wir natürlich vorsichtig rauslösen und natürlich auch wieder in die neue Massivholzplatte die gleiche Nut einfräsen. Ist alles gar nicht so einfach. Natürlich mit viel Arbeit verbunden. Alles handzubereitet, handgefräst, handzugeschnitten, damit das wieder passt. Hier das Waschbecken und das Kochfeld, was wir drin gehabt haben, was wir ausgebaut haben. Und hier sehen wir den Tisch, der drin war, den wir ausgebaut haben. Damit das alles stimmig ist, haben wir das natürlich wieder auf die Seite gelegt und dann anständig angepasst. Der Kunde hat sich hier nur einen großen Auszug eingebaut, damit er alles, was da drin ist, auch nach vorne ziehen kann. Auch eine gute Lösung. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jeden Platz ausgenutzt. Unser Jochen macht es schon richtig gut. Und ich muss wirklich sagen, also im Detail, ich nenne ihn einfach mal unseren Schreinermeister. Jede Rundung, die Kanten sauber gebrochen, die Radien. Denn alles frei Hand, muss man sich vorstellen. Also das ist schon eine tolle, tolle Leistung. Auch den Tischansatz wird er angefertigt, damit er dazu passt. Und wenn man so in das Gesamte reinguckt und sich den Überblick gönnt, muss ich schon wirklich sagen, wow, schaut schon verdammt sexy aus. Also ich finde es sehr gelungen. So, nun gehen wir zu unserem Expeditionsfahrzeug. Iveco ist das Fahrgestell. Der Aufbau von der Firma Wölke. Das Fahrzeug kennt er bereits. Es war schon mal da. Wir haben hier schon mal 220 Lithium, zwei Ladebooster, Wechselrichter und so weiter montiert. Und heute bekommt er die Erweiterung. Und zwar Bussystem. Hier zum Beispiel ein Lüfter. Das ist das Fach, wo der Ruder drin sitzt und auch der Starling-Anschluss drin ist. Auch die Starling-Atenne haben wir aufs Dach gebaut und verkabelt. Und hier sehen wir dann noch den PC-Lüfter dazu. Den haben wir eingebaut, weil wenn Wärme entsteht, damit das Ganze abgeführt werden kann. Auch hier in dem Fach sehen wir unten unseren Verteiler drin. Da haben wir auch den Ausschnitt gemacht, damit wir an die Sicherungen kommen. Das war schon alles. Und hier haben wir auch die zwei PC-Lüfter. Denn in dem Fach entsteht natürlich Wärme durch die Ladebooster und durch die Kombi. Und damit man die abführen kann, haben wir hier ein Lüftungsgitter eingebaut mit den PC-Lüftern, die dann die Wärme nach außen tragen. In dem Bussystem natürlich kein Problem. Dahinter legen wir Szenen. Das heißt, ab einer bestimmten Temperatur schaltest du ein. Ab einer bestimmten erreichten Temperatur schaltest du wieder aus. Dann haben wir die ganzen Lichtanordnungen, sprich die Schalteranordnungen verändert. Hier oben sehen wir das neue Brett, haben wir neu angebracht. Hier sehen wir das Buss-Display. Also es schaut jetzt richtig sauber aus, im Gegensatz zu vorher. Das zeige ich euch dann gleich. Hier drin haben wir auch noch mal Blinde mit zwei Schaltern, damit es alles sauber und ordentlich verkabelt ist und sauber und ordentlich geregelt ist. Und da haben wir unseren Kasten, der war ja schon montiert. Wir haben ihn nur ein bisschen verfeinert, haben unser Bussystem da reingesetzt. Die Kombi da hinten kriegt nach oben auch Luft. Da haben wir auch noch Löcher dafür vorgesehen. Also das ist alles in allem schon ein wunderschönes Fahrzeug. Muss man ganz klar sagen. Also ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Kann man nicht meckern. Und das Display dazu finde ich auch richtig schön. Hier sind die Schalter, wo wir neu angeordnet haben. Weil, man muss sich vorstellen, da war tatsächlich ein Schalter direkt hinter der Kühlschranktür. Das war natürlich nicht zu bedienen. Weil jetzt mal, wenn man den Kühlschrank ausgemacht hat, war der Schalter aus. Schlecht, sehr schlecht. So, hier schauen wir uns das Dach an. Die Solaranlage war auch schon drauf. Hier drei Platten von WCS, wo wir montiert haben. Und in der hinteren Seite auch drei Platten. Insgesamt sechs Module. Und da drüben seht ihr die Starling Antenne, die wir da zwischen den Platten exakt rein platziert haben. Also, als ob der Kunde das ausgemessen hätte oder wir das ausgemessen hätten. Die passt natürlich perfekt da rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Erfahrungswerte von der Starling habe ich persönlich nicht. Aber da gibt es ja genügend YouTube-Videos, wo man schon draußen sehen kann. Da muss sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Ich habe den Kunden gebeten, dass er mir auch mal ein kleines Feedback gibt, wie es sich so antut. Hier sehen wir jetzt noch einmal die Mika-Verteiler im Detail. Da haben wir unsere ganzen Anschlüsse. Das ist von der Firma Wölke, das ist nicht von uns. Hier haben wir unsere Batterien verbaut, wo wir extra Batteriehalter montiert haben, damit die entsprechend sauber sitzen. Da haben wir die zwei PC-Lüfter nochmal, die wir über das Bussystem sauber ansteuern. Ist natürlich insgesamt schon eine tolle Sache. Hier haben wir die zwei Solarregler von der ganzen Anlage. Auch das ist eine tolle Geschichte. So alles in allem schon toll. Hier war das ehemalige Brett über der Tür. Und ihr seht, hier wo mein Daumen ist, unten, genau da, wo ich jetzt hindeute, ist natürlich der Ausschnitt von Schalter. Das war der Kühlschrankschalter. Wenn man die Tür aufgemacht hat, war schlichtweg der Schalter ausgeschalten. Also der war ziemlich ungünstig platziert. Das haben wir verändert und haben das Ganze eben neu angeordnet, damit der Kunde da besser zurechtkommt. Und das auch nicht mehr passiert, dass man mit der Kühlschranktür ausschalten kann. Die vier Schalter steuern den Bewegungsmelder und die Umfeldbeleuchtung. Die kann man hier ein- und ausschalten. Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir natürlich noch unser Truma-Display und unser WCS-Display vom Bussystem. Da sauber angeordnet. Jetzt schaut das Ganze ein bisschen clean aus, finde ich. Und ja, was soll ich sagen? Einfach clean, ordentlich, wo man entsprechend einen sauberen Überblick hat. Und ich persönlich finde es sehr schön und schaut optisch auch sehr ansprechend aus. Und jetzt schauen wir mal, wie der Kunde damit zurechtkommt. Ja, hier haben wir das Bullauge, was mir sehr gut gefällt an dem Fahrzeug. Muss man ganz echt sagen. Dann haben wir hier die Umfeldbeleuchtung mit Bewegungsmelder, wo von innen geschalten wird. Dann schauen wir nochmal nach vorne an das Fahrzeug, weil der Kunde lässt sich vorne in der Front natürlich noch einen Bullfänger verbauen. Finde ich schon klasse. Da kriegt das Ganze noch ein bisschen einen männlicheren Charakter, das Fahrzeug. Vielleicht je nachdem, wen es gefällt. Und innen drin, wenn wir auch noch eine Kleinigkeit verändern, da machen wir noch einen weiteren Termin, weil da sitzen hier rechts drei Schalter für die Tanköffnungen und so weiter. Die finde ich hier ungünstig, der Kunde auch. Und dann setzen wir die da oben hin über das Licht hier in die Kabinen. Da ist so eine kleine Schalltafel, da setzen wir die mit rein. Und dann ist das alles schick. Alles in allem ein echt schönes, gelungenes Fahrzeug. Ein tolles Projekt, was wir da gemacht haben. Ich finde, es ist gelungen und schaut richtig klasse aus. Und der Kunde hat unheimlich viel Spaß damit. So, ich hoffe, das Video war interessant für euch. War gut. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Schauen dieses Videos. Das Bussystem birgt noch viele, viele Möglichkeiten. Da wird es auch noch etliche einzelne Videos dazu geben, was man hier alles anschließen kann, was man hier alles treiben kann, was man alles damit anstellen kann. Und das nächste Video wird ein sehr interessantes werden. Da geht es um Toiletten. 2024 Caravan Salon wurden viele Videos ausgestrahlt, gerade um das Thema Glissaner und Folienverschweißer-Toiletten. Immer wieder wurde ich angesprochen, auch ich, durch meine Videos, was denn mit dem Müll wäre und ob da keiner drüber nachdenken würde. Und dann gehen auch immer so Gerüchte rum von Stellplatzbetreibern, verbieten einen, den Müll zu entsorgen. Und ganz schlimm wird es bei Müllpressen und 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 und. Und Kosten und tralala. Und darum habe ich mir gedacht, halt, stopp. Ich möchte nicht in das gleiche Horn blasen, nur aus Vermutungen nach Hörensagen raus, sondern ich lade die maßgeblichen Personen ein. Das ist Daniel Beller, der Chef von der Firma Glissaner, genauso wie ein Stellplatzbetreiber von einem großen Stellplatz, der seine Meinung kundtun wird, wenn alles klappt. Dann sind die auch hier. Und darüber werde ich dann ein Video machen, um auf die Thematiken einzeln mal einzugehen. Darauf könnt ihr euch freuen, wird sehr interessant. Also, ich sage ganz lieben Dank. Ich wünsche euch ein wunderschönes, langes Wochenende. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich, wenn ihr ganz wild seid, über ein Abo. Die kleine Motivation, auch hier in diesem Umfang immer weiterzumachen. Ich sage schon mal ganz lieben Dank. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.